Wotschi Wotschin, Augen auf, gemeinsam gegen Rassismus und Faschismus. Unter diesem Motto fand diesen Samstag, den 12. November 2016, in Steinaus-Bautzen zum zweiten Mal ein Konzert statt. Beginn war 20.30 Uhr mit deutschen und serbischen Bands auf der Steinhausbühne. Ziel war es aufzuzeigen, so wie es derzeit in vieler Munde ist, dass Bautzen mehr zu bieten hat als Intoleranz, Rassismus oder Gewalt gegen Andersdenkende. Zu sehen waren die Bands Balins Kadroa, die Volkssamen, Young Ahanka und die Punkband Pisse. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020